Die nächste potenzielle Verkäuferin ist mit Ross und Reiter angereist. Womöglich ein besonders wertvolles Stück? Leider weiß ich gar nichts Genaues über diese Rarität. Es war immer ein Erbstück von meiner Mutter. Und wir haben leider nichts in Erfahrung bringen können und sind da sehr gespannt darauf, was die Expertise ergehen wird. Hierkunft, Alter und Wert. All das gilt es im Puhleimer Walzwerk zu besprechen. Und zwar mit unserem Experten Albert Meier. Albert, wo guckst du denn hin? Schönen guten Tag. Hallöchen. Wie ist der Wettername? Kirsten. Kirsten. Freut mich sehr, Kirsten. Hast du das Ding hier hingeschleppt? Ja, aus Überhaupt bin ich bis hierhin. Geritten. Geritten. Nee, aber das Ding ist doch... Das ist schwer, natürlich. Ist zwar hohl, aber schwer. Genau. Wie lange ist dieses wunderbare Teil schon bei euch in der Familie? Schon uhrlange. Kannst leider nicht sagen genau, wo es herkommt. Also keine überlieferte Familiengeschichte, nix da? Nein, leider nicht. Irgendwann hattest du das Ding am Hals und es gefiel dir aber nicht gut genug. Mein... Aus dem Nachlass meiner Mutter ist es. Aber du willst es eigentlich privat hinstellen? Nicht so gern. Gut. Mein lieber Alwacht, du hast eben mal draufgeklopft und somit habe ich gehört, es ist hohl und es scheint Metall zu sein. Es ist kein Metall, lieber Horst. Nicht? Es ist bronzierte, brünierte Keramik. Ach, ich hätte echt gedacht, es ist Metall, ne? Ach, jetzt sehe ich es, ja. Keramik. Es sind ein paar kleine Bestoßungen am Sockel festzustellen. Ansonsten... Zustand super, ne? ...ist die Keramikfigur in einem sehr guten Zustand. Es gibt zwar ein paar Abriebstellen, was ganz typisch ist, sowas, aber der Zustand ist perfekt. Lieber Albert, haben wir denn irgendeine Signatur oder ähnliches noch drauf? Natürlich, lieber Horst. Hier ist die Figur signiert. Hier kommt R und G. Das heißt Reps und Trinte. Und dann steht hier noch Magdeburg. Hier ist die Modellnummer. Hier ist das Zeichen gesetzlich geschützt. Und das ist eine eindeutige Signatur. Wunderbar. Diese Figurengruppe wurde um 1910 in Magdeburg gefertigt. Von der Firma Karl Reps und Trinte. Das war eine Keramikfirma. Die hat Großkeramik gemacht. Die haben in Marmor gearbeitet, in Terrakotta gearbeitet. Und die haben sich erst so 1896 gegründet. Es sind dann später in anderen Händen übergegangen. Aber zu dieser Zeit war das Reps und Trinte. Also ganz schön alt. Ja. Sind das denn vielleicht berühmte Herrschaften, die da abgebildet sind? Also das ist eindeutig eine Szene aus der germanischen Mythologie. Also eine nordische Szene. Wenn Sie hier unten jetzt schauen, können Sie hier eine Schlange erkennen. Das ist die Midgard-Schlange. Das ist eine selbstfressende Schlange, die frisst sich selber. Und hier sind germanische Runen angebracht. Man kann es auch ganz gut an der Kleidung des Kriegers sehen. Er trägt einen Feldschirz. Hat zwar hier wie eine Art römischen Helm auf, aber Feldschirz gab es bei den Römern nicht. Und dann ist ganz, ganz typisch hier der Armschmuck hier bei der Dame hier. Das ist ganz typisch germanisch. Hier diese Kottel, der ist mal später dazugekommen. Aber ansonsten ist der Zustand perfekt, wenn man auch das Gesicht der Dame betrachtet, wie sie schmachtend und sehnsüchtig ihren Geliebten anschaut. Das ist sehr hübsch. Das Pferd ist gut, naturgetreu, naturgetreu ausgearbeitet. Man kann alle Adern herkennen. Das ist sehr schön gemacht. Ja, meine Liebe. Mittlerweile bin ich ein großer Fan davon geworden. Das ändert sich bei mir mal ratzfatz. Jetzt würde ich gerne einen Preiswunsch wissen. Wunsch, hatten wir gedacht, zwischen 700 und 800 Euro. Liegt Alberts Schätzung darüber oder darunter? Wenn man genau hinschaut, ist es wirklich eine hervorragende Keramik. Und sowas ist gesucht. Besonders in der Größe. Und dann der Zustand ist natürlich perfekt. Deswegen 1500 bis 1800 Euro. Super. Super. Da freuen wir uns. So, und jetzt gehst du dir ziemlich zackig drüben bei den Händlern das Geld abholen. Danke. Ich denke mal, die werden es erkennen, was das ist. Weil sowas hatten wir so auch noch nicht da. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück. Danke. Da geht's rüber. Tschüss. Tschüss. Eigentlich habe ich keine Angst vor der Verhandlung, weil ich eigentlich öfters auch mal so auf den Trödelmarkt gehe und da auch gut immer verhandeln kann. Und eigentlich immer meinen Preis dann auch bekomme, wie ich ihn haben möchte. Ob sich Kirstens Trödelmarkterfahrung im Händlerraum bezahlt macht? Hallo. 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 Guten Tag. Grüß Gott. Zur Darstellung ist es ein Germane, ein Römer, oder? Richtig. Was? Ein Germane? Germane, ja. Hat er da auch den Schmuck auf dem Oberauke? Richtig. Das ist dann auch unten im Sockel drin. Diese Mikat-Schlange ist abgebildet. Okay, ja. Und welcher Künstler soll es sein? Konnte man nicht. Konnte man nicht zu schreiben. Leider nicht. Und wann soll sie hergestellt worden sein? 1910. 1900, ja. Das kann sein, ja. Ich starte mit 200 Euro. Sie lachen. Dann sage ich 300. Dann komme ich nicht. Dann sage ich 400. 500. Also das Pferd ist wirklich sagenhaft gut gemacht. Ja, das stimmt. Auch der Kopf, der Pferdekopf. Das ist leider nicht mein Motiv. 550. 560. 600. 610. 650 Euro. 700. Jetzt kommen wir in die Nähe. Weit nicht. Das ist eine Keramikfigur. Trotzdem. Heine Bronze. Expertise war weitaus höher. Wie hoch war die Expertise denn? 1,5 bis 1,8. Da sind 700 ja ja nicht so schlecht. Weil du musst doch erst mal einen finden, der da 1,500 vergibt. 750. Wir müssen ja weitermachen. 800. 850. 1,000. Bei 1,000. Bei 1,000 auch nicht. Ich glaube, ihr Herz hängt sehr dran, oder? Nein. Nicht? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Okay. Aber dann sind doch 1,000 Euro echt viel Geld. Bei 1,000 hätte ich noch ein gutes Gefühl, sage ich mal. Wo ich sage, okay. Ich habe noch ein gutes Gefühl bei 1,100 Euro. Auch das reicht noch nicht. Mein letztes Wort ist 1,200 Euro. Jetzt heißt es bookern. Bei 1,4. Ich leider nicht. Fabian? 1,4 nicht, nee. Aber 1,250 würde ich machen. Kann sich Kirsten mit diesem Gebot anfreunden? Ja. Es liegt nur bei Ihnen jetzt. Dann noch ein bisschen. Also 1,200, habe ich gesagt, ist mein letztes Wort. Der Fabian hat jetzt noch 1,250 geboten. Wollen Sie einem Fabian verkaufen? Gut, dann machen wir das. Ja, gut. Bitte schön. Perfekt. 1,000. 220, 40, 45, 50. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Baba, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich habe noch nie so eine teure Keramik gekauft. Aber ich halte dir die Daumen, dass du das verkaufen kannst. Das ist ein schönes Wert. Ich habe jetzt voll ins Blaue hinein. Ich fühle mich ein bisschen warm. Es war doch ein bisschen großes Gefecht um meinen Preis. Aber ist okay. Ist ja auch einiges an Geld. Ob es zu Hause rumsteht oder hier ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020